Wer mir zuerst einen 5-Euro-Schein gibt, bekommt von mir 10 Euro. Ihr könnt gewinnen, einfach nur so. Ihr müsst mir einen 5-Euro-Schein geben, ihr bekommt 10 von mir. Wer mir einen 5-Euro-Schein gibt, bekommt von mir 10 Euro. 5 Euro gewinnt. Ich rechne das für euch aus, braucht ihr nicht überlegen. Also wenn sie mir einen 5-Euro-Schein geben, bekommen sie von mir 10 Euro. Sie haben keinen 5-Euro-Schein? Wer als erstes mit einem 5-Euro-Schein kommt, bekommt von mir 10 Euro. Oh, die Frau, die wechselt gerade. Sie ist schneller. Dann bekommen sie 10, ich bekomme 5. Ja, klasse. Und jetzt? Das war's. Was sollen mir die Leute als nächstes bringen? Schreibt es in die Kommentare. Und abonniert für mehr.